Gute wie bei hell dragon lp und ich begrüße euch zu einem kleinen ja fifa 18 vorab informations video so möchte ich jetzt einfach mal nennen und zwar ich war gerade eben im playstation store weil ich mal ein bisschen stöbern wollte wegen dem playstation plus spielen ob die schon verfügbar sind und sehe dass fifa 18 vorbestellbar ist hey hype und so weiter und so fort nein hält sich bei mir ein bisschen grenzen aber fifa 18 ist ab jetzt vorbestellbar auf der playstation 4 ich gehe auch von ausland für die xbox und für den pc und ja fifa 18 gibt es drei editionen die man sich vorbestellen kann und wie es auffällt ist der gute ronaldo auf dem cover und wir schauen uns gerade mal die edition an und dann gibt es ja was ganz ganz interessantes hinten raus auf jeden fall erstmal hier playstation 4 vorbestellbar sofortige zahlung ist klar die standard edition beinhaltet einmal christiano ronaldo als footlight spieler für fünf partien fünf jumbo premium gold sets fünf wochen lang einmal pro woche wie gehabt bzw nicht wie gehabt ich glaube da konnte man zwar auch eine edition kaufen aber gut fünf wochen gibt es ein jumbo premium gold set acht special edition foot trikots ja ob man sie braucht weiß ich nicht weil man wird ja meistens die aussortiert und was gibt es dann noch hier zu erwähnen dank der frostbite gut das hatten wir ja schon bla 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 gut das was die standard edition 69 9 veröffentlicht wird das ganze am 29 september schauen wir uns die nächste edition an das ist die sogenannte fifa 18 ronaldo edition am 6 ist das ist die früher verfügbar ah ja ok da haben wir dann scheinbar schon mal ein vorteil die ist dann ab dem 26 september 2017 verfügbar ich habe mich vorher nicht erkunden ich habe einfach mal auf aufnehmen gedrückt deswegen verzeiht mir das bitte was gibt es denn hier drei tage vorab zugriff naja steht es ja ganz groß wer lesen kann ist klar im vorteil christiano ronaldo auch ebenfalls fünf partien als leihspieler 20 jumbo premium gold setz da gibt es also 20 stück keine acht und die acht trikots kriegst du aber trotzdem okay der rest ist natürlich alles gleich kostet dann 89 99 20 packs drei tage vorab zugriff für 20 euro mehr kann man machen kann man machen aber jetzt kommt das 99 99 eine fifa 18 icon edition was ist aber hier anders da ja neben christiano ronaldo gibt es ronaldo nazario als fut leih ikone für fünf partien das bedeutet dass es eigentlich ja es ist raus oder die katze ist aus dem sack die playstation bekommt die legenden bis jetzt war ja der vertrag ging ja auch glaube ich nur bis dieses jahr muss ja so gewesen sein sonst wird nicht funktionieren und ja jetzt sind die legenden nicht mehr nur für die xbox sondern jetzt gibt es sie auch für die playstation 4 wird dann auch wahrscheinlich ein ronaldo natürlich kommen ist natürlich auch ein schönes wortspiel steht eigentlich das jetzt hier eher zur ronaldo edition gemacht der ronaldo und ronaldo zusammen mit einer edition ja für mich jetzt ein bisschen ein schock damit habe ich jetzt ehrlich gesagt man hat zwar spekuliert im vordergrund aber hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so auf dem zettel hier gibt es 40 jumbo premium gucken erst mal weiter bevor wir uns über das thema noch mal da halten hier gibt es dann 40 jumbo premium gold setzt 20 wochen lang zwei stück pro woche aha das ist natürlich gar nicht so verkehrt und 20 team der woche leihspiel ersetzt 20 wochen lang ein team der week ein team der woche leihspieler drei partien pro woche das lese ich noch mal langsam 20 team der woche leihspiel ersetzt 20 wochen lang ein team der woche leihspiel okay gut dann wirst du wahrscheinlich ganz einfach ein päckchen kriegen pro woche und da ist ein zufälliger drin gut braucht kein mensch ich brauche es zumindest nicht vor allem schon mal nicht für drei partien wenn es jetzt sieben partien oder sechs partien werden würde ich das sogar eventuell betracht ziehen sofort zu bestellen denn das wäre dann halt was für den für auch für meinen kanal trotzdem tendiere ich sehr stark weil ich halt diese packs mir dazu geholt habe okay gut das ist natürlich mein bier drei tage vor abzugriff ich gehe aber davon aus dass die natürlich der xbox und der der pc version noch mal ein paar tage früher gibt denke mal oder ich hatte glaube ich sogar irgendwo eben kurz gelesen 21 oder irgend so was mit diesem ea access und original access heißt das glaube ich so dann habe ich mir gedacht gut bevor ich jetzt das video starte schaue ich auch mal auf der inter auf der international auf der offiziellen ea sport seite und ja tatsächlich fifa 18 hier gibt es dann auch schon einen trailer könnt ihr euch ja anschauen mit den besten spielern der welt da habe ich noch nicht drauf geklickt kann ich gerade mal machen aber dann wird es wahrscheinlich um cristiano ronaldo und um den normalen ronaldo gehen ja also auf jeden fall hier seht ihr dann auch ja hier ist auch dann das cover drauf fifa 18 christiano ronaldo edition ein bisschen was zu ronaldo selbst so wie es aussieht hat er wohl auch hier mitgearbeitet bei ea dann verdient das natürlich auch auf dem cover zu sein damit ist man sie dann auch wieder abgelöst ja aber legenden auf der playstation 4 ich meine man konnte es ein bisschen erahnen da ist ja weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt kurzzeitig weiß gar nicht für einen tag oder für paar stunden ähm konnte man kurzzeitig legenden auf der playstation suchen also wenn man einen spieler gesucht hat in dieser auswahlmaske sind dann die ganzen maldinis und pelés und wie sie alle heißen aufgetaucht mich interessiert aber jetzt eure meinung denn wenn ich solche videos mache mir geht es immer um meine abonnenten was denkt ihr und vor allem nach dem letzten video was ich heute morgen veröffentlicht habe ähm vielen vielen dank für diesen äh ja für dieses feedback das zeigt mir dann doch dass es doch mehr leute da draußen gibt die sich auch für mich interessieren vielen vielen dank dafür und ähm mir ist eure eure meinung sehr sehr wichtig und ich würde mit euch da gerne drüber diskutieren was haltet ihr davon dass es jetzt ähm die legenden auch für die playstation 4 gibt schreibt da bitte mal zu was in die kommentare abschließend lasse ich euch meine meinung dazu da ich persönlich war von vornherein ein ähm gegner der legenden aus einem ganz einfachen grund weil ähm das einfach karten sind die halt es nicht mehr gibt deswegen heißen sie ja auch legenden und ähm es hatte für mich immer so ein beigeschmack so ein weiß ich nicht man hat dann halt einen spieler der ziemlich überpowered ist und so weiter und so fort hab mich damit aber ehrlich gesagt nie groß beschäftigt weil sie eben nur für die xbox waren ich keine xbox besitze ähm und ich weiß gar nicht ob es die für einen pc gibt aber auch da spiele ich kein fifa ähm ganz ehrlich ich hab mir auch gerade eben mal so nebenbei ein team gebaut weil ich immer noch ganz gerne mit diesen saudi arabien äh spielern spielen möchte und ähm euch da auch was präsentieren will und da ist mir natürlich aufgefallen wie schön es ist dann doch mal so eine legende einzubauen allein schon mal um um es verlinken zu können ja ähm gerade jetzt in dem saudi arabien team äh wird mir ein linker fällt mir ein linker verteidiger roberto carlos wurde mir als vorschlag dann gegeben von futbin ja kann ich natürlich auf der playstation 4 nicht das ist natürlich auch wiederum ein großer vorteil jetzt ähm nachdem man gesehen hat wie die spiele allgemein gepusht worden sind wenn sie eine informkarte bekommen haben glaube ich ähm ja ist es dann doch kein allzu großer vorteil mehr sich legenden reinzubauen denn auch die normalen spieler wurden ordentlich gepusht wenn das ein fifa 18 so bei bleibt und die legenden jetzt nicht überpowered sind ähm kann ich damit ganz gut leben denn natürlich habe ich mir auch mal oder hätte ich auch mal ganz gern mit einem effenberg gespielt oder mit einem lothar matthäus äh lothar matthäus ähm äh äh oder mit einem äh lehmann oder was es da alles gibt an die präme hätte mir natürlich auch spaß gemacht aber deswegen hätte ich mir auf jeden fall keine äh keine xbox geholt jetzt ist es so wir können sowieso nicht ändern ich bin noch sehr geteilt der meinung ähm zu dem ganzen lasst mich aber gerne eines besseren belehren was mir natürlich gefällt sind halt ja exotische teams sind so einfacher zu bauen das ist ganz klar und jetzt würde ich ganz gern mit euch darüber diskutieren was haltet ihr davon fifa 18 bekommt äh kommen die legenden auf die playstation 4 ja das war's von mir von dem video ich hoffe es hat euch gefallen mal was ganz anderes was habe ich noch nie gemacht so ein so ein news ding so ein nachrichten ding und äh ja wenn es so war das bitte daumen nach oben da wie gesagt diskutiert bitte mit mir in äh in den kommentaren und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen macht's gut und ciao